nun mal gucken wie es weitergeht mission donnerlauf oh man ich glaube das ist diese panzer mission wo man durch die wüste fahren muss die gab es auch schon als trailer bevor das spiel raus kam so als walkthrough von ea zero was the uranex exchange how's it feel you think i wanted this you oga guys are even more fucked up than i'd heard you were i'm trying to stop this from happening in new york who do you think did it sergeant the plr and solomon well the blast yield matches russian suitcase nuke specs we put dima in country at the same time do you know how that looks dima was trying to stop it the paris nuke must have been one of the missing ones bullshit then what didn't you still let it happen sergeant go back in time to the bank you said the paris nuke links to the bank can't be dima can't be i am waiting sent out at a stress call anvil three part of charlie company first tax they came to get us miller came to get us so und was mir gerade aufgefallen ist das spiel ist ja noch auf englisch geschaltet da muss ich für euch das audio mal noch auf german um switchen aber soweit konntet ihr natürlich auch die untertitel lesen nicht wahr oh was für ein bilder die da du auf taurus rex lasst den scheiß miller so ich muss mal ganz kurz hier in die optionen auf audio englisch switchen wir nach deutsch und ja zurück einstellung zurück sein zurück so job wollen wir speichern zurück zum spiel gut man was für eine atmosphäre mitten in der wüste ich hoffe diesmal grippieren wir nicht so oft wie in der letzten mission auch alter 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 was für eine geile panzerflotte meine jene fressen Pirat-Panzer? Verdammt, dann kriegen wir ja wohl gleich Besuch, ey. Total unruhiges Ski. Na dann, gehen wir mal rein in das tübsche Ding. So, Kontrolle über Panzer übernehmen, ja, mach ich. W, Schuh, A lenken, S rückwärts. So. Sodala, ich seh hier noch keine Panzer. Aber die, die werden wahrscheinlich, dazu kommen Raketen, da werden irgendwie Raketen nach oben geballert, warum auch immer. Interessant. Oh, fuck. Sterb, ihr Säcke. Oh, scheiße. Und, komm schon. Mann, Schwierer nicht getroffen. Ah, verdammt. Ich will doch nur treffen. Was denn los? Na. Na, ich will einmal treffen. Ihr merkt schon, ich bin nicht so der Super-Tank-Fahrer. So, den haben wir auch. Den haben wir nicht. Den haben wir auch nicht. Den haben wir auch nicht getroffen. Mann, verdammt. So. Ah, fuck. Ich würde sagen, sie hauen wieder rein. Ah, komm schon. Den haben wir auch noch. Ja, den bekommen wir anscheinend nicht mehr. Ich würde sagen, das war eine ganz schon knappe Sache, du. Ähm. Autsch. What? Wo? Au. Von wo? Termalsächt, C. Ach, da vorne. So. Ich würde sagen, das war's mit dir. Bam. Und bam. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Zack. Okay, das war's aber. Und hier ist Freundchen. Super. Der Panzer hat sich anscheinend auch automatisch wieder repariert. Ich bin hinter dir, Digge. Dann wollen wir mal weiterfahren hier. Oh. Da explodiert auch ordentlich was. Wir müssen jetzt irgendwie nach da hinten hin. Wie soll ich denn da durchfahren? Hm. Ja, das ist allerdings. Ja, gut, dann wollen wir nochmal da ins Morph rein. M.A.V. Drohne. Okay, ach, das sind dann diese Raketen, die wir vorhin gesehen haben. Die ballern jetzt nur auf uns. Naja, ziemlich beschissen. So. Drücke E um, okay. Unterstützung anfordern. Dann mach ich das mal. Da haben wir diese Kackbatterien. Fünf Sekunden? Aber ich bin gespannt. Oh. Ich höre schon was. So, super. Haben wir es jetzt geschafft? Dann müssen wir noch irgendwas markieren. Okay. Und die BDM-Stellung angreifen. Out. So, dann wollen wir mal weiterfahren, würde ich sagen, ne? Na, dad. Oh, was für ein ordentliches Ding. Immer Rinn damit. So. Go, go, go. Voll Gas. Dann drücke ich mal hier die, äh, Schilft-Taste. Umschalt auch. Und dann... Wollen wir mal gucken, dass wir den hier ordentlich auf die Fresse geben. Oh, da kommen, da kommen irgendwelche Raketenwerfer auf uns zugeflogen. Ähm. So, ich glaube, da waren uns gerade ein paar Flugzeuge gekommen. Die haben uns hier mal ein bisschen... Ne, die Raketenwerferchen vom Hals gehalten. So, ich kann hier noch zu einem Gewehr wechseln. So, du Spast. Ja, rennt nur, ihr Säcke. Nicht mit mir. Ja, wie verhält der denn aus? Das ist unfassbar. So. Wer will noch? Von wo denn? Da oben vielleicht? Hm. Wo? Da drüben irgendwo. Jetzt halte ich mal die Thermalsicht ein. Ah, okay. So. Weiter geht's. Wir sind ja mitten im Bienenstock, ne? Oh. Was? Komm schon. Ah. Wir müssen die Dinge hier irgendwie zerstören. Uh, Feuerwerk. Yeah. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen... ein bisschen Kugeln mit. Oh, verdammte Kacke. Verdammte Scheiße hier, du. Du kannst ja jurisch kreativ fluchen, du, ey. Ah, fuck. Wo stehe ich? So. Okay. Wollen wir sagen, fahren wir mal weiter. Jihaha. Okay, ungefähr bis hierhin war ja dieses Walkthrough von EA. Das heißt, äh... Oh. Oh, nee. Ist das Verbündete? War schon ziemlich Squat-mäßig hier, ne? Cule Sache. Ähm. Ja, und alles, was jetzt ist, das kenne ich dann wiederum nicht mehr. So. Komm mit die Chilis mal runterballern, hier. Uhu. Uhu. Oh, das wird wahrscheinlich verbündet, ne? So, was? Wechsel von rechts nach links? Ich bin schon links. So. Zoomen. Thermalsichtum auch noch reinhauen. Sollen die Kackgänger verfolgen? Na dann, immer. Los geht's. Kleine Grüppchen bilden. Okay. Oh, da sind noch mehr. Scheiße. Bam. Das war's mit dir, du Sack. Bam. Und mit dir auch. So. So leicht ist es nicht mit mir zu spaßen. Knüpfen wir uns die nächsten vor. Was? Na, Mist. Nein. Immer hinterher, würde ich sagen. Hopp, hopp, hopp. So. Warnung. Irgendeine Warnung wurde da rechts eingeblinkt. Aber warum immer. Vollgas voraus. Ähm. Wo seid ihr wahrscheinlich? Hier hinter dem Hügel. Was sagt der Greifspiegel? Treibspiegel? Was auch immer. Ui. Haben wir getroffen. Ja. Bam. Juhu. Und, come on. Ja, Ziel muss geübt sein. Ja, den haben wir auch getroffen. Wupsala. Kleiner Erdhaufen. So, dann wollen wir mal weiter. Hier, zerstöre die LKW-Kolonne. Ja, da haben wir ja hier. Immer rauf. Aber, ach, wir haben ja auch ein bisschen Spaß hier. Oh, da kommen ein paar Raketen angeflogen. Panzer. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, komm, komm. Warst. Dann haben wir dich hier.